das geht herzlich willkommen zu diesem video und heute zeige ich euch mal top jobs für das kommende wochenende jahr dieses video sollte wenn alles gut geht am freitag auftauchen im hintergrund seht ihr schon den ersten job von dieser playlist ich habe für euch eine playlist zusammen erstellt einen link dazu in der video beschreibung hier könnt ihr auch schon sehen das ist ein automatic usa stand rennen ja von der viele kennen das von meinem kollegen dfg und vielleicht noch von ein paar anderen youtuber ich selber nutzt dieses rennen gerne für aufnahmen und es lässt sich hier auch wunderbar fahren wie das im hintergrund sehen könnt es ist auf jeden fall richtig für action hier für dieses rennen dabei auf jeden fall müsste für dieses rennen den osiris nehmen das ist soweit ich weiß ein automatik zu sein automatik manchmal muss man noch selber lenken ja von der aber guckt euch dieses rennen einfach mal an so so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du hast immer noch kein Geld in GTA 5 Online? Dann schau doch jetzt bei SebiMods vorbei. Dort gibt es günstige Onlock Alls und Money Boosts inklusive ERP Boost mit meinem Rabattkopf Mute 10. Dann bekommst du 10% Rabatt auf jeden Einkauf auf deren Website. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung und jetzt geht es weiter mit dem Video. Das zweite Rennen ist ein richtig krasses Automatikrennen. Wie ihr hier auch schon sehen könnt, sind hier verdammt viele Stunt-Elemente eingebaut. Also ist es wirklich von Flips und Wallwides nicht zu übertreffen. Wir werden uns das Ganze jetzt hier an der Stelle angucken. Ich werde die Musik jetzt gleich wieder etwas lauter machen. Aber ihr könnt schon sehen, ich werde jetzt hier die Linkskurve an der Stelle elegant einmal nehmen. Dann geht es hier nochmal links und dann fängt das Ganze an der Stelle schon einmal ab an. Ja, wir fahren einmal kurz durch die Stadt und hier beginnt auch gleich schon dieser ganze Stunt. Also es ist auf jeden Fall wirklich ziemlich heftig, was auch immer hier gebaut worden ist. Und jetzt beginnt der ganze Spaß an der Stelle einmal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Freunde, hier sind wir jetzt auch schon beim zweiten und letzten Rennen. Ich habe drei Rennen in eine Playlist gepackt und das ist so ziemlich mein Lieblingsrennen. Auch wenn ihr nicht so viel los ist im Hintergrund, könnt ihr schon sehen, um was es hier einmal geht. Ja, Freunde, wir landen wie auf einem etwas männlicheren Geschlecht. Ja, und wo wir jetzt gleich noch reingeflippt werden, werden wir an der Stelle sehen. Alles ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und das ist in der Videobeschreibung verlinkt. da freunde Das ist auch schon so ziemlich das ganze Rennen gewesen und die ganze Playlist. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Wenn ihr zeigt es mir mit einem Like und einem Abo, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann auch auf ihre Mitleidung, Freunde und aktiviert auf korrekt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Ja, alles ist in der Videobeschreibung. Es ist eine ganze Playlist, die ihr ein bisschen über die Playlisten startet. In GTA 5 Online. Ja, Freunde, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und zeigt es mir mit einer guten Bewertung. Ja, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Wir haben nichts leichter. Wieder bleibt gesund und ciao. Bis zum nächsten Mal.